Geh doch mal in Therapie Sagte meine Frau Marie Zu mir letzten Donnerstag Mich traf fast der Schlag Du bist viel zu aggressiv Sagte sie, ich schluckte tief Außerdem verbal brutal Ja fast schon anal Ich schrie Bist du denn total beknackt? Ja haben sie dir ins Hirn gekackt? Ich bin doch nicht aggressiv So ein Scheister Und auch kein Fäkalsprachenmeister La 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 Gehen sie mal in Therapie Sag der Anwalt von Marie Scheidung nächsten Donnerstag Und tschüss Guten Tag Guten Tag Sag der Anwalt von Marie